hallo und willkommen zurück zu pokémon blau ich stehe jetzt hier gerade neben professor ich habe versucht die vm blitz zu bekommen aber wieder noch gibt mir einer von den beiden was ich bin professor eichs gehilfe ich studiere mit ihm die pokémon er sagt das und hier sagt genau das gleiche ich bin professor eichs gehilfe ich studiere mit ihm die pokémon ok keiner von beiden möchte mir blitz geben ich frage einfach mal den linken hier unten vielleicht gibt er mir eine antwort die technik heutzutage ist unglaublich man kann sogar items und pokémon via pc lagern und wieder abrufen ok es möchte mir hier keiner blitz geben ist aber auch nicht schlimm brauchen wir sowieso nicht mehr wir haben ja jetzt alles geschafft mal gucken ob gary zu hause ist natürlich nicht das wahrscheinlich immer noch oben in der pokémon liegen und heult sich die augen aus ja auf jeden fall finde ich schon mal cool wir haben das ganze spiel durchgespielt wir haben hier alle pokémon die wir haben wollten zappt das aktos lava das mio muto also wir haben nur legendäre pokémon in unserer tasche außer standard pokémon so da natürlich wir haben auch alle acht orten wir haben geld ja via missing a glitch und ja ich stehe jetzt hier in alabastia vor esch seinem haus und möchte mich auf jeden fall erstmal bei den leuten bedanken die mich in der zeit abonniert haben und meine folgen geguckt haben ein großes dankeschön an euch und auch an die die jetzt neu dazu gekommen sind bedanke ich mich auch fürs zuschauen ich hoffe euch hat das letztlich spaß gemacht mir jetzt auch wirklich sehr 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 gefallen das spiel zuletzt bleiben und wenn ich jetzt gleich in das haus hier reingehe dann ist auch die apart für mich zu ende sowie pokémon blau und ich kann mich noch mal noch mal wiederholen ich bedanke mich bei euch und wünsche euch trotzdem weiterhin viel spaß und youtube würde ich mir sagen auf wiedersehen tschüss auf wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020